Willkommen zu einer weiteren Einheit des Arbeitsbuch Statistik. Dieses Mal mit einer Einheit zum Thema Normalverteilung. Schauen wir uns hierzu mal die Aufgabenstellung an. Die Langstreckenflüge einer Airline sind im Schnitt 3 Minuten verspätet, bei einer Standardabweichung von 7,8 Minuten. Die Verspätungen können als normal verteilt angesehen werden. Unsere Aufgaben jetzt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Flug nicht verspätet ist? b. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Flug zwischen 5 und 10 Minuten früher sein Ziel erreicht? c. An einem Flughafen starten an einem Wochentag 400 Flüge. Wie viele dieser Flüge sind verspätet? Fangen wir mit dem Teil a an. Hier geht es um die Flüge, die nicht verspätet sind. Also die Verspätung soll kleiner als 0 sein. Dementsprechend rechnen wir aus die Wahrscheinlichkeit p von x kleiner gleich 0. Gegeben haben wir hierzu einmal den Mittelwert von 3 Minuten und die Standardabweichung von 7,8. Damit haben wir alles, was wir brauchen, um über die Verteilungsfunktion der Normalverteilung bzw. der Standardnormalverteilung die gesuchte Wahrscheinlichkeit zu berechnen. Warum jetzt Standardnormalverteilung? Weil wir die Verteilungsfunktion der Normalverteilung nicht explizit berechnen können per Hand, müssen wir einen kleinen Umweg gehen. Dementsprechend standardisieren wir den gesuchten Wert. Und dann können wir über die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung, der Normalverteilung, wo wir einen Mittelwert von 0 haben und eine Standardabweichung von 1, die entsprechenden Werte über eine Tabelle bestimmen. Das heißt, was wir hier machen, ist als erstes von dem gesuchten Wert den Mittelwert abziehen und das Ergebnis durch die Standardabweichung teilen. Genau das machen wir hier auch. Wir rechnen, phi von, das bedeutet einfach so viel wie, schaue in der entsprechenden Tabelle nach dem jeweiligen Wert nach, phi von 0 minus 3 durch 7,8, also der gesuchte Wert 0 minus der Mittelwert 3 und das Ganze durch die Standardabweichung 7,8. Dann kriegen wir hier einen Wert von minus 0,38. Dann haben wir direkt das nächste Problem. Das nächste Problem liegt nämlich darin, dass die meisten Tabellen für die Standardnormalverteilung nur positive Werte enthalten. Das ist aber für uns kein größeres Problem, weil man kann dieses Minus wegbekommen, indem man einfach die Gegenwahrscheinlichkeit betrachtet, nämlich 1 minus. Also wir machen aus dem phi von minus 0,38 ein 1 minus phi von 0,38. Wenn wir das haben, können wir jetzt diese 0,38 in der Tabelle nachgucken. Da finden wir einen Wert von 0,648. Den ziehen wir von 1 ab und erhalten wir hier eine Wahrscheinlichkeit von 35,2%, dass die Flüge nicht verspätet sind. Soweit schon zu Teil A. Dann kommt Teil B. Hier war die Wahrscheinlichkeit gesucht, dass ein Flug zwischen 10 Minuten und 5 Minuten früher an seinem Ziel ankommt. Das heißt, wir haben eine negative Verspätung, und zwar zwischen minus 10 und minus 5. Jetzt sieht das hier ein bisschen komisch aus, weil eigentlich rechnet man immer von Untergrenze bis Obergrenze. Und die Untergrenze ist eigentlich das, was man so als kleinere Zahl wahrnimmt. Jetzt ist aber die minus 10 auch tatsächlich kleiner als minus 5. Das realisiert man aber erst dann, wenn man wirklich kurz darüber nachdenkt. Dementsprechend, wenn wir jetzt minus 10 als Untergrenze haben, minus 5 als Obergrenze, können wir diese Berechnung der Wahrscheinlichkeit, dass unsere Zufallsvariable in einem Intervall liegt, auch so bestimmen, indem wir rechnen, Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable kleiner ist als die Obergrenze, minus Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable kleiner ist als die Untergrenze. Also hier p von x kleiner gleich minus 5 minus p von x kleiner gleich minus 10. Auch hier haben wir dieselben Rahmen da, den selben Mittelwert der Standardaufweichung und können dann ähnlich wie im Aufgabenteil vorher über die Standardisierung und die Tabelle für die Standardnormalverteilung unsere Werte nachschauen. Das heißt hier standardisiert einmal minus 5 minus 3 geteilt durch 7,8 und einmal minus 10 minus 3 durch 7,8. Dann erhalten wir im ersten Fall einen Wert von minus 1,03 und im zweiten Fall von minus 1,7, äh 6,7. Dann haben wir wieder dasselbe Problem wie bei a. Wir haben negative Werte, die hier in der Tabelle stehen. Das heißt, mit diesem 1 minus kriegen wir die weg. Das heißt, wir machen aus dem ersten 1 minus phi von 1,03 und aus dem zweiten 1 minus phi von 1,67. Wir müssen beim zweiten beachten, da steht ein Minus vor. Dementsprechend steht da jetzt nicht plus 1 plus 0,9525, das ist phi von 1,67, sondern plus. Das Schöne daran, jetzt vereinfacht sich das schon, weil die beiden Einsen sich wegheben und übrig bleibt nur noch 0,104, also die Gesamtwahrscheinlichkeit, dass wir eine verfrühte Ankunft haben und die zwischen 5 und 10 Minuten liegt, liegt bei 10,4%. Und das wäre es auch schon direkt, das Aufgabenteil b. Dann bleibt uns nur noch der dritte Unlettteil. Hier in Teil c ging es jetzt darum, wie viele dieser 400 Flüge an dem Flughafen sind eben nicht zu früh, sind also verspätet. Das können wir machen, indem wir direkt rechnen, größer gleich 0 oder aber, weil wir die Wahrscheinlichkeit haben für sind pünktlich, die Gegenwahrscheinlichkeit davon betrachten. Also 1 minus sind pünktlich, ist dasselbe wie sind verspätet. Das heißt, wir rechnen hier 400 Flüge mal 1 minus die Wahrscheinlichkeit, dass sie pünktlich sind, 0,352. Die haben wir jetzt aus a übernommen. Und dann kriegen wir direkt als Ergebnis 259,2, also etwa 260 Flüge werden verspätet sein. Und das wäre es dann auch schon zum dritten und letzten Teil der Aufgabe. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie konnten hieraus etwas für sich mitnehmen. Weitere Aufgaben in dem Stil bzw. zu dem Arbeitsbuch, die finden Sie über die entsprechend zugehörige Playlist. Ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.